Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Worms Revolution, ja, mit dem Yogi. Ja, ich bin da und nur ich bin da und der Maike ist da und wir sind hier und wir haben gerade jetzt nur die Standardwürmer, weil ich gerade irgendwie keine Ahnung habe, wie ich meine Teams-Würmer hier reinpacken kann. Du bist gelb? Ja, ich bin gelb. Wind! Und du hast Gegenwind und du hast sieben Schaden. Das ist wohl ungewohnt, sonst bist du immer rot. Ja. Äh, ja, was kommt denn hier? Aber ich habe das immer oben gestellt. Nein, war nicht so. 19 Sekunden noch. Äh, was ist denn du überhaupt? Du bist yellow, ne? Ich bin blau. Blau. Voll erwischt. Mal wieder. What? Du hast verbunden mit jemand fertig. Oh mein. Wir spielen übrigens auf Zerstörer. Ich habe mich wieder selbst eliminiert, ey. Ja, mach mal. Fühlt sich gut. Nein. Doch, die war super. Nein. 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 Gleiches Recht für alle, würde ich mal sagen, oder? So, dann habe ich mich zu einmal getroffen und 13 Schaden gemacht, ja? Ah, okay. Ich habe jetzt insgesamt 20 Schaden zugeführt. Ja, du denn gleich 47. Pfff. Ah, was? Ich habe zwei Stück davon? Ich würde gerne einen Entwurf machen. Hm. Tschüss. Na, ich hab mir auch ein bisschen Schaden Ah, 6 Oh, haben wir eigentlich Teleports Ja, ne? Der wirft, der wirft und er trifft Mich! Oh, der war müde Der war gar nicht mal so übelst Ja Ich bin halt Pro, ne? Da möchte einer Pro sein Ich hör mich doppelt So, holen wir erstmal die Kiste Das kann ich nicht gebrauchen Was machen wir denn hier? Was haben wir denn hier überhaupt so? Keine Ahnung So, are you gonna ask me my name? Nö Irgendwie Irgendwie Nicht wirklich irgendwas was ich gebrauchen kann Boah, siehleine Siehleine Hehehe Ich komm dir mal ein bisschen näher Ich komm dir mal ein bisschen näher Ne, das find ich nicht gut Was haben wir denn hier Was haben wir denn da? Von dem kann ich mich jetzt verabschieden, oder? Oh ja, oh ja, oh ja, oh ja, ciao Oh no Oh Nein, der ist in die Falltritte geflogen Das find ich gut Das hast du richtig gut gemacht Oh man Ja, ich hab eigentlich Wasser Äh, Pistole gesucht, aber die haben wir nicht Was mach ich denn mit dir hier? Nein, lass den Herbert in Ruhe Oh Au Oh Autsch Muahahahahahah Muahahahahahah Der Maigi ist dran Oh, 3 gegen den einen da unten, das ist echt böse Er tauscht. Ja, da ist nicht schlecht. Du möchtest es nochmal machen. Ne, wir haben ja kein Bestvorschläger. Ja, was jetzt? Tschüss. Er hat trotzdem noch geschafft. Shit. Egal. Die Mädchenbärte. Ui. Ist da zu weit gesprungen, der Trottel, ey. Oh, guck mal, der Platz da oben ist sehr schön. Das ist Moskamp. Und was war drin? Schüppschüss? Schüppschüss? Und da fällt er... Schüppschüss. Schüppschüss. Tja. Hast du wohl gedacht? Eigentlich wollte ich hier da oben die Holy reinlegen. Aber naja, gut. Aber noch ein paar Versuche. Schüppschüss? So, welcher ist dran? Da unten. Ja, wen nimmt er jetzt? Das ist meine Kiste Nein, das ist meine Kiste Komm schon Warum drückst du über Toppitspringen? Jo Tschüss Halleluja Wir bauen ein paar Löcher Was machst du da? Nix Nix Du hast ihn da schon wieder gefunden Die Lenkrakete Ungetroffen Gut getroffen Ja, ich kann Zeit Ich kann das auch Ungetroffen So 200$ Ach komm, wir gehen hier hin Ja, komm ich besuchen Ich komm dich besuchen Tragen wir das Match da mal aus Jetzt kommt die Kiste da Gibt's doch nicht Doch, bei Ola Sauerei Sauerei Guck mal, das hätte ich vorhin mal gebraucht Mal jetzt So ein Schäfchen norm Zweiter Fliegs rum! Du bist tot! Bei mir fliegt es nie so! Ist voll unfair! Wett, du wärst da gegen die Wand geflogen, schon recht unten da! Ich weiß nicht, wo das immer hinfliegt! Komische Dingsbums da! Oh! Wo war denn da? Hey! Ja toll! Das kriegt dich zurück! Alter! Stopp lavin' je! Ach Yugi, ach Yugi, was soll'n das denn? Ach, was machen wir denn da? Oh, das ist der falsche Wurm! Nein, ich hab' kein Wurmwechsel mehr! Mhhh... BASTA! Ein HP! Oh, hallo, Mr. Braun! Was kommt da raus, du? Okay, der da ist weg! Nein! Alter, spring da nicht! Ach, das gibt's doch nicht! Warum... ...denn da runtergefallen! Trottel! Trottel! Ah, Yugi, du gefällst mir da oben nicht! Einmal weggesprüht! So! Was mach' ich denn mit dir da? Was hat'n der noch? Ja, dann... Komm, mach' du jetzt Zeit! Mach' du jetzt Zeit! Mach' du jetzt Zeit! Tschüss! Ach, Yugi, Yugi! Nee, 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 nee! Ja, den haben wir erledigt! Oh, noch einer! Tja, was macht er? Was wird er sich überlegen? Welche Strategie hat er? Wird er mich töten? Bestimmt! Und da haut' er ab! Ja, muss er ja, ne? Haut einfach ab! Hm... Ja, Yugi, du wirst eindeutig mir unterlegen! Was? Ja, ich hab' die Seite des Wassers bei mir! Momentan! Ah, warte! Ach, ein Jetpack hat er auch noch! Bomb! Bist du nicht nach unten? Nein! Doch, er ist nach unten gefallen! Sehr schön! Ich bin oben, du bist unten! Weißt du was, ey? Suizid! Suizid! Nein! Bumm! Alter! O- understand! Wie he- what- Wo ist der hingeflogen? Da ist er doch! 175 Shots! Warum machst du Suizid? Ja, ich musste dich da unten doch wegkriegen! Scheiße! Oh Mann ey! Sooo... Ach, Erzine-Potete! Du weißt, es ist der Zahn des, ne? Wieso? Echt? Was? Ja! So, ja, dann... Wie komme ich da wieder raus? Ich habe vielleicht schon eine Idee... Ja... Pfff, was mach ich jetzt? Was machst du? Machst du mich tot? Ja, das wird nicht klappen... Bunkerknacker... Dahin! Wat hab ich denn hier noch Schönes? Komm, vielleicht klappt, vielleicht klappt das ja... Ah ne, das wird nicht klappen. Aber komm ey, irgendwas schmeißen. Wirf was. Jo, okay. Ist das sein Problem, wie er da unten wegkommt. Ach, ein Jetpack hat er noch, naja gut. Was hat er jetzt vor? Ah, guck mal, er kommt nach oben. Nein! Und wieder nach unten! Trottel! Ich wollte zu dir! Oh Mann ey! Das finde ich an Wurms immer so geil. Wird es so schön verplant hier, so nein, ich will nicht. Was macht der da? Geh weg! Du hast keine Chance! Jetzt holt er sich noch irgendein Zeugs oder so? Vielleicht klappt das hier. Oh mein Gott. Oh! Und er trutscht da hin! Warum bleibt er denn da hängen? Was? Jetzt hast du leichtes Spiel. Ähh... Zieh Leine, du bist dran! Hä? Hä? Warum lachst du? Zieh Leine! Du bist dran! So, du bist dran! Mal sehen! Du weißt, dass du nach oben musst, ne? Ja, ich weiß, ich muss nach oben. Ja, ich weiß, ich muss nach oben. Ah, das klappt nicht. Und die Oma! Du bist dran! Du bist dran! Oder scharf! Platsch! Okay, das hat nicht so geklappt, wie ich es mir genau aufstattet. Man hat's gesehen. Na gut, du musst ja da oben, ne? Ach, du willst ja die Kisten da drüben holen, ne? Mhm. Ach, Yogi. Wenn du da unten bleibst, bist du tot. Ja, gleich ist nämlich dran! Nein! Guck mal, wir haben noch genau... Ja gut, 40 Sekunden. Na okay. Lass doch noch ein bisschen Zeit, nicht? Aber weißt du, was jetzt endlich mal klappt? Nein, das klappt immer noch nicht. Nicht? Ähm... Ach komm ey, ich will sie geschmissen haben. So! Und? Ah ja, okay. Da war nix. Oh meine Yogi, wenn er jetzt da unten bleibt, ist er tot. Hm, ich hätte die Holi vielleicht nicht außen rumwerfen sollen, sondern innen rum. Hm, ja, vielleicht. Vielleicht auch nicht. Aber wie kommt jetzt hier hoch? Komm ich da raus? Ja, Yogi. Jetzt wäre da vorher mal bei... Ach, hat er noch! Ach, jetzt! Bob! Ah, Gott! Tschüss, Yogi! Das ist doch nur ein bisschen Wasser! Was? Mann, hast du ein Glück! Ja komm ey, jetzt! Probiert jetzt aber noch mal! Ob die trifft? Oh, 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 oh! Eigentlich nicht! Nee, okay! Aber du bist jetzt weg! Tschüss, Yogi! Hey! So'n Scheiß! Bist du jetzt weg? Ich war gewohnt! Wegen San Dess! Hä? Der macht doch... Ja, das Wasser steigt! Ja und dann? Jetzt steigt das Wasser halt und du ersäust! Hä? Das ist doch blöd! Okay! Ihr müsst mal klären! Wir haben lange nicht mehr gespielt! Beim Yogi merkt man's! Hä? 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 Okay! So Leute! Dann beenden wir jetzt hier mal die Aufnahme! Tschüss! Tschüss!